Fitness mit Marc Folge 302 Herzlich Willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber, direkt aus Hamburg. Er führt zu ein Unternehmen mit dem Ziel, sich irgendwann mal eine Danke-Mail von dir zu verdienen. Marc Maslow Moin Moin, hier ist Marc Maslow, dein Dranbleiben-Fitness-Coach von Marathonfitness.de Wie geht's dir? Hattest du schon mal eine Sportverletzung, irgendeine Überlastung in einem Gelenk oder im Bewegungsapparat? Meistens heißt es dann ja, Pech gehabt. Sportverletzungen sind definitiv Mist, vor allen Dingen dann, wenn man gerade auf Kurs zu seinem Ziel ist. Und leider, leider, leider passieren sie uns allen, die regelmäßig Sport machen, ab und an mal. Und genau darum geht's heute. Was tust du, wenn das Kind in den Brunnen fällt und im Brunnen unten liegt? Und dann ist eine gute Nachricht, sich zu merken, Pech gehabt, denn es gibt eine Methode, die gibt es schon länger und die ist bewährt. Nennt sich die Pech-Methode. Die lernst du heute kennen und du bekommst außerdem noch sieben Tipps für deine Fitness-Haus-Apotheke mit an die Hand. Sieben Tools, die ich hier bei mir zu Hause habe und von denen ich glaube, dass sie jeder Sportler zu Hause haben sollte, wenn sie helfen. Wenn du also ein paar Best Practices mit an die Hand bekommen möchtest, wie du mit Sportverletzungen umgehst, dann solltest du jetzt dranbleiben. Bist du ein Dranbleiber? Zusätzlich zu diesem Podcast holen sich bereits, vorsichtig formuliert, über 30.000 Menschen über den wöchentlichen Dranbleiber-Newsletter praktische Tipps, die dir dabei helfen, nackt gut auszusehen. Werde Teil der Marathon-Fitness-Gemeinschaft von Menschen, die bereit sind, ihren Körper zu verändern. Trag dich ein für den Newsletter, werde Dranbleiber und sicher dir die drei Erfolgsgeheimnisse schlanker Menschen. Das Ganze ist übrigens kostenlos. Geh einfach auf dranbleiber.com und geh den nächsten Schritt, um nackt gut auszusehen. Die Adresse ist dranbleiber.com Ja, heute geht es um Sportverletzungen. Die sind natürlich echt blöd. Und wenn das Kind im Brunnen liegt, dann hilft die Pechmethode, die du gleich kennenlernst. Und außerdem geht es noch um sieben MacGyver-Tools, die in jede Hausapotheke gehören. Und ganz klar, wenn wir in einer perfekten Welt leben würden, dann kennst und achtest du die Limits deines Körpers, dann trainierst du sauber und wohl dosiert, schläfst tief und lange aus, ernährst dich ausgewogen und achtest auf deine Regeneration, sodass du wirklich immer genau die richtige Dosis im Training abgibst und dich nie verletzt. Aber erstens leben die wenigsten von uns in so einer perfekten Welt und zweitens sind Sportverletzungen selbst dann leider nicht ausgeschlossen. Denn wer ambitioniert trainiert, auf der Jagd nach dem eigenen Limit, der kann den Bogen auch mal überspannen. Das sind bei Läufern häufig solche Überlastungserscheinungen wie Entzündungen, Überlastung der Sehnen und Gelenke, das ist ganz typisch, gerade bei Langstreckenläufern oder diejenigen von uns, die irgendeine Teamsportart machen, Fußball, Hockey, all diese Dinge oder Kampfsport, da kommen noch Muskelverletzungen hinzu oder Verstauchung oder Prellung. All das kann eigentlich in jeder Sportart auftreten, wenn wir mal von Schach absehen, aber selbst da sind solche Szenarien denkbar. Ein Grundsatz ist, je schneller du auf Sportverletzungen reagierst, desto schneller überwindest du sie wieder und kannst dann eben auch ins Training wieder einsteigen. Und eine Sache möchte ich vorab dir nochmal mitgeben, ich persönlich bin überhaupt kein Fan von Medikamenten, die vermeide ich da wo es geht und natürlich gibt es Situationen wo Medikamenteneinnahme sinnvoll ist, aber ich sehe das grundsätzlich immer erstmal kritisch, hinterfrage das und durch diese Brille bitte ich dich auch diese Folge zu sehen. Eine Erfahrung, die auch dazu beiträgt, die ich mal in meinen 20ern gemacht habe, ist, dass ich damals eine Mittelohrentzündung hatte, war eine unangenehme Sache, war ich natürlich beim Arzt und der verschrieb mir damals Antibiotika. Und ich wusste damals schon, dass Antibiotika auch relativ heftig sind, zum Beispiel für den Darm und die Frage auch überhaupt ist, ob das möglich ist, die Darmflora wieder so aufzubauen, wie sie vorher war. Und da dachte ich mir, bevor ich so ein schweres Geschütz hier jetzt wirklich einwerfe, informiere ich mich doch nochmal und habe so ein bisschen recherchiert, was sagt die Studienlage. Und da kam dann raus, dass eine Mittelohrentzündung, wenn man Antibiotika nimmt, im Schnitt einen Tag kürzer dauert. Und da dachte ich mir, ach Mensch, darauf kann ich jetzt auch verzichten, habe die dann nicht eingenommen und bin auch so gesund geworden. Ich sage nicht, dass das jeder machen soll, es ist nur einfach meine Erfahrung und ich bin froh heute, dass ich das so gemacht habe, denn mit der Verdauung habe ich in der Regel wenig Probleme. Und ein Gedanke noch vorab, ich finde es gut, wenn du im Hinterkopf hast, dass du deinen Körper durch Training, durch Ernährung und durch Regeneration so stark machst, dass viele Themen, viele Verletzungen oder auch Infekte oder solche Themen gar nicht erst aufkommen. Und das ist die Prämisse. So, und jetzt steigen wir mal ein, was machen wir, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und da solltest du auf jeden Fall die Pechregel kennen. Die Pechregel ist sowas wie eine MacGyver-Formel für den Umgang mit Sportverletzungen. Ich weiß nicht, ob du diese Serie gesehen hast, ich bin damit groß geworden. Um 1990 rum, Angus MacGyver, der Typ, der für irgendeine Geheimdienstorganisation gearbeitet hat. Eine Serie ist das übrigens für die Jüngeren von uns. Und der hat sich immer aus ganz einfachen Dingen richtig krasse Sachen zusammengebaut. Also aus der zum Beispiel der Büroklammer und dem Stück Schokolade hat er dann einen Raketenwerfer gebaut. Mega witzige Serie. Und in den Show Notes habe ich dir auch noch einen entsprechenden Videoclip mal reingebaut. Kommen wir zurück zur Pechmethode. Mit der kannst du zumindest kurzfristig nach einer Sportverletzung nicht viel verkehrt machen, bevor du dir professionelle Hilfe suchst. Und das ist in vielen und in den meisten Fällen auch immer eine gute Idee. Und ein wichtiger Punkt bei jeder Sportverletzung, und da komme ich auch später nochmal drauf zurück, ist, du solltest die Ursache dieser Verletzung kennen und du solltest die Ursache abstellen. Denn worum es hier heute in dieser Folge geht, ist Symptombekämpfung, nicht Ursachenforschung. Also das ist nochmal ein ganz wichtiges, grundlagendes Kapitel. Wir gehen hier erstmal den Weg, dass wir versuchen, möglichst schnell deine Symptome, die Beschwerden wegzukriegen. So, und da hilft dir die Pechformel. Die beschleunigt in vielen Fällen die Regenerationsphase, vor allen Dingen dann, wenn du schnell reagierst. Und Pech ist ein Akronym. Das sind vier Buchstaben und die stehen für P wie Pause, E wie Eis, C wie Kompression und H wie Hochlager. Lass uns diese vier Elemente mal kurz durchgehen. Was heißt das? Nummer 1, P wie Pause. Nun, wenn du dich verletzt, dann hast du in der Regel Schmerzen und mit Schmerzen weiter trainieren. Ist nicht so cool. Solange die Schmerzen anhalten, ist das keine gute Idee. Und die Faustregel lautet, solange du in Ruhe oder im Alltag Schmerzen hast, gönnst du dem verletzten Körperteil eine Pause. Belastest es also so wenig wie möglich. Hintergrund ist ganz klar, du willst deinem Körper die Ruhe gönnen, sodass er alles hier reparieren kann. Und Schmerz ist ja auch immer ein Signal des Körpers, dass er sagt, ey, gib mir diese Ruhe. Und ich habe hier noch einen Tipp für dich, denn was man natürlich häufig hört und einige Ärzte sagen das auch immer noch, ist Schonung, Beine hochlegen, gar nichts machen. Und klar, es mag Situationen geben, wo das sinnvoll ist, aber in den allermeisten Fällen beschleunigst du die Regeneration, wenn du dich alternativ bewegst, sofern das möglich ist. Das heißt, Pause, auch in diesem Kontext, muss nicht bedeuten, untätig rumzusitzen, denn in vielen Fällen ist genau das kontraproduktiv. Und sofern, und das ist nochmal ganz wichtig, sofern es schmerzfrei möglich ist, kannst du auf eine andere Sportart ausweichen. Zum Beispiel, wenn das beim Laufen aufgetreten ist, könntest du mal versuchen, Rad zu fahren oder rudern zu gehen oder ins Schwimmbad zu gehen, zu schwimmen, anstelle eben zu laufen. Also eine andere Ausdauersportart zu wählen. Oder wenn es im Krafttraining passiert ist, da ist es auch ganz häufig super möglich, um die Verletzung herumzutrainieren. Also wenn du zum Beispiel eine Überlastung im Oberschenkel hast, dann kannst du dich für eine Zeit auf den Oberkörper konzentrieren oder andere Übungen machen, wo diese Schmerzen nicht auftreten. Und das bringt mich zum zweiten Element, dem E wie Eis. Und das heißt generell natürlich Kälte. Denn Kälte hemmt Entzündungen und Kälte wirkt auch schmerzlindernd. Deswegen ist hier der Grundsatz, kühle das betroffene Körperteil und zwar regelmäßig, das heißt so zwei bis fünf Mal am Tag für je 10 bis 20 Minuten. Je eher du mit dem Kühlen anfängst, desto besser ist es in der Regel. Und hier ist nochmal ein wichtiger Tipp. Du willst ja dein betroffenes Körperteil nicht gefriert trocknen. Und deswegen solltest du darauf achten, dass das Eis nicht direkt auf der Haut liegt, sondern du da was zwischenpackst. Also zum Beispiel ein Handtuch. Es gibt auch solche Kühl-Pack-Verpackungen. All das kannst du nutzen. Und noch einen Tipp an der Stelle. Nach dem Eisen, also wenn du gerade das Körperteil gekühlt hast, bitte nicht direkt danach ins Training gehen. Gehe also nie unmittelbar nach der Eisbehandlung ins Training, denn die Kälte zieht diese behandelte Stelle zusammen. Und diese Stelle wird dann unflexibler und anfälliger für Verletzungen. Und nun ja, du willst ja erstmal wieder fit werden. Also zwischen der Kältebehandlung und wenn du dann zum Training gehen solltest, dann solltest du mindestens eine Stunde Pause dazwischen haben. Und noch besser ist es, wenn du nicht vor, sondern nach dem Training kühlst. Und das bringt mich zum dritten Grundsatz, also zum C der Pechwormel. C steht für Kompression. Falls die Verletzung also mit einer Schwellung verbunden ist, dann kannst du einen Druckverband anlegen und der mindert dann die Schwellung. Hilft übrigens auch gegen Schmerzen. Du kannst auch unter diesem Druckverband so eine pflanzliche Heilsalbe packen, wie Kütter oder Anika, komme ich gleich nochmal zu, bei der Haarhausapotheke. Auch das hilft. Wichtig ist, wenn du so eine Kompression anlegst, dass die Bandage festsitzt, aber eben nicht so fest, dass die Blutzirkulation beeinträchtigt wird. Denn du brauchst ja das zirkulierende Blut, damit der Körper das Ganze auch reparieren kann. Woran merkst du, wenn das Ganze zu fest ist? Nun, wenn du ein Pochen spürst, dann sitzt der Verband zu fest. Und auch hier nochmal ein Tipp. Denk, auch wenn wir hier bei der Kompression sind, denk auch weiterhin an das P wie Pause. Denn ich weiß gerade, wenn die Ziele groß sind und du gut auf Kurs warst, dann fällt es manchmal schwer, die Situation zu akzeptieren und zu sagen, nee, jetzt mache ich hier mal einen Break. Und trotzdem, dieser Kompressionsverband, der ist nicht als Stütze gedacht, damit du weiter trainieren kannst, sondern der soll die Schwellung reduzieren. Punkt Nummer 4. Jetzt fehlt uns noch das Haar wie Hochlagern. Und das ist ganz simpel. Wann immer es geht, solltest du die verletzte Stelle hochlagern. Das heißt, möglichst über Herzhöhe. Und wenn das nicht möglich ist, dann eben möglichst hoch. Und warum das Ganze? Nun, damit unterstützt du den Rückfluss der verlorengegangenen Flüssigkeit über die Lymphen ins Gewebe. Und wenn du das halt dann anwendest, dann kannst du gut deine Umgebung nutzen. Also wirst, wenn du dich wahrscheinlich in deinem Raum mal umsiehst oder wo du gerade bist, genügend Möglichkeiten sehen, das betroffene Körperteil hochzulagern. Zum Beispiel am Schreibtisch oder beim Fernsehen auf dem Hocker legen oder auf dieses Sofa. Oder beim Schlafen nochmal ein Kissen drunter, dass das Ganze ein bisschen über Herzhöhe lagert. So, jetzt kennst du die Pechformel. Pause, Eis, Kompression und Hochlange. Und ein weiser Mann mit dem Namen MacGyver, der hat mal gesagt, wie ich zitiere, ich habe eine große Schwäche, ich kann ungelösten Rätseln nicht widerstehen. Und das passt hier ganz gut. Denn diese Pechformel, die ist kein Allheilmittel. Sie hilft dir, die Symptome deiner Sportverletzung zu bekämpfen. Und ist eine gute Around-Sache, die du halt angehen kannst, wenn du so Probleme hast. Aber wenn die Ursache nicht geklärt ist, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Laufen. Was da häufig passiert ist, die Schuhe passen nicht oder durch die Schuhe werden die Knie oder der Bewegungsapparat ungünstig belastet. Oder auch noch ein Klassiker, Schuhe sind ausgelatscht, spätestens nach zwei Jahren sollte man Laufschuhe ersetzen. Oder je nach Körpergewicht zwischen 500 und 800 Kilometern Laufleistung ungefähr. Je nachdem, was früher eintritt, so wie beim Auto, so ähnlich. Also wenn die Schuhe ausgelatscht sind zum Beispiel, dann treten leicht mal Fehlbelastung, Überlastung auf. Und ja, dann könntest du natürlich wie im Hamsterrad rotieren, um die Symptome wegzukriegen. Und wenn du danach wieder deine Schuhe anziehst, dann kommt das Ganze wieder. Also, du darfst die Ursache rausfinden und abstellen. Und je eher du die Ursache für deine Verletzung kennst, desto eher bist du wieder 110% belastbar. Und das Gleiche, auch das gilt für die sieben Super-Tools, die ich dir jetzt vorstelle, für deine Hausapotheke. Auch die dienen der Symptombekämpfung. Und ich habe jetzt mit ihm nicht geredet, aber ich kann mir gut vorstellen, dass MacGyver stolz wäre auf diese sieben Tools. Denn aus denen kannst du dir im Handumdrehen ein Sportverletzungs-Rescue-Kit zusammenbauen. Und das sind die sieben Dinge, die ich immer hier zu Hause habe. Ich habe keine riesen Apotheke, aber ich habe so ein paar Sachen, habe ich immer da. Und die stelle ich dir jetzt mal vor. Punkt Nummer 1 hatte ich eben schon erwähnt, die pflanzliche Heilsalbe. Und die hilft gegen Schmerzen und gegen Entzündung. Ich bin, ehrlich gesagt, habe ich früher immer benutzt, so vor 20 Jahren oder so, habe ich immer Voltaren-Gel genommen. Bin ich kein so großer Fan mehr von. Erstens, weil es Chemie ist, aber das muss jetzt natürlich per se nicht sein, dass das dann schlecht ist. Aber es hat bei mir einfach nicht so gut gewirkt, wie diese bewährten pflanzlichen Heilsalben mit Extrakten drin, hochkonzentriert, die schon seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden verwendet werden. Und da gibt es gängige Präparate aus der Apotheke, zum Beispiel die Küttersalbe. Mit der habe ich gute Erfahrungen gemacht. Kütterplasma gibt es auch, das noch ein bisschen höher dosiert oder konzentriert. Oder eben auch konzentrierte Anikasalbe. Produkte habe ich dir da verlinkt, die ich verwende, in den Shownotes, wie immer. Und meiner Erfahrung nach hemmen diese Produkte Entzündungen einfach besser als diese chemischen Produkte, wie eben Voltaren. Zumal das eben Heilkräuter sind, die sich bewährt haben. Also das habe ich immer zu Hause. So wie Nummer zwei, ein Icepack. Das brauchen wir für die Pechformel. Ein Icepack gegen Schmerz, Schwellung und Entzündung. Wenn du sowas nicht da hast, du kannst natürlich auch irgendwas aus dem Tiefkühlfach nehmen. Das geht auch gut. Habe ich auch schon gemacht in der Vergangenheit. Wenn ich eben keine Icepacks da hatte oder die eben gerade nicht kühl waren. Das kann natürlich auch sein. Bringt dir erstmal nichts, wenn du schnell was brauchst und das Icepack liegt irgendwo draußen. Dann kannst du auch Tiefkühlgemüse nehmen, so eine Tüte oder so. Aber die Icepacks sind natürlich bequemer. Die kosten auch nicht viel. Solche Icepacks habe ich also immer da. Und ich sehe auch immer zu, dass wenigstens eins im Tiefkühler drin ist. Punkt Nummer drei, Ibuprofen. Hier haben wir tatsächlich mal ein Medikament. Ibuprofen 400 habe ich da gegen Entzündung. Das ist eine der wenigen Ausnahmen, die ich ab und an mache, wenn es um Medikamente geht. Ibuprofen gehört ja zu den sogenannten Nichtsteroiden-Entzündungshemmern. Dazu gehört auch zum Beispiel Aspirin. Und die haben die Eigenschaft, dass sie eben Entzündungen reduzieren, unterdrücken und die damit verbundenen Beschwerden mildern. Und das sage ich gleichzeitig dazu. Meine Erfahrung oder mein Eindruck ist, dass gerade unter Amateursportlern solche Medikamente zu häufig verwendet werden. Denn die haben Nebenwirkungen. Du solltest unbedingt die Packungsbeilage beachten und zum Beispiel Ibuprofen nur dann einsetzen, wenn es wirklich nötig ist und nicht allzu lange. Also eine Woche steht meistens drin, kann man das einnehmen. Wenn man es länger einnimmt, dann ist das schlecht für den Magen. Keine gute Idee. Die sind relativ nebenwirkungsarm, haben aber Nebenwirkungen. Deswegen verwende ich so eine Art von Medikamenten nur in Ausnahmefällen und in der akuten Phase einer Sehnenentzündung oder wenn eine Schleimbeutel gereizt ist oder eine Kapsel für eben diesen begrenzten Zeitraum. Und dabei orientiere ich mich immer an Empfehlungen aus einem Therapielexikon, das ich verwende. Und da komme ich gleich noch zu, denn das ist auch eins dieser sieben Tools. Deswegen, ich sage es nochmal deutlich, Vorsicht mit Entzündungshämmern und Schmerzmitteln. Und das betone ich deswegen, weil ich immer wieder auch Storys höre von Amateursportlern, die das im Wettkampf nehmen und sich dann halt überlasten. Und in der Regel ist das so, wenn du mit Schmerzmitteln trainierst, um weiter trainieren zu können oder an einem Wettkampf teilzunehmen, dann ist das wie wenn du einen Kredit aufnimmst mit zu einem richtig schlechten Zinssatz. Das verzögert die ganze Geschichte. Deswegen nie Schmerzmittel, um weiter trainieren zu können. Und vermutlich ist dir eben klar, dass du dadurch eine Verletzung nur hinauszugierst und viel, viel länger machst als notwendig. Es gibt noch ein paar Don'ts zur Einnahme von Ibuprofen. Drei Punkte, die ich dir noch mitgeben möchte, wenn du das mal einsetzen solltest. Erstens Ibuprofen nie zum Training einnehmen, denn wenn du Schmerzmittel vor dem Training oder auch einem Wettkampf einnimmst, um dich schmerzfrei verausgaben zu können, dann wird es gefährlich. Und in meinen Augen ist das auch bereits der erste Schritt zu so einer Abhängigkeit. Also sowas als wirklich als Tool zu nutzen, als Trainingstool ist keine gute Idee, auch vom unsichtbaren Skript her. Und was du natürlich riskierst, sind schlimmere Verletzungen und andere Gesundheitsprobleme. Also nicht zum Training. Punkt Nummer zwei, nicht zu lange einnehmen. Bei längerer Einnahme können Schmerzmittel deinem Magen schädigen. Und wie genau du die einnimmst, das siehst du auf dem Beipackzettel. Und drittens, auch nicht nach dem Training direkt einnehmen. Solche Nichtsteroiden, Entzündungshemmer wie Ibuprofen solltest du nicht direkt nach dem Training einnehmen. Da gibt es auch Studien zu, die darauf hindeuten, dass der Trainingseffekt dadurch abgeschwächt wird oder ganz ausgemerzt. Dann kannst du ja im Prinzip auch das Training sparen. Und die verzögern auch die Regeneration, sollte man wissen. Punkt Nummer vier, Hydrocholloidpflaster. Und die helfen bei der schnellen Wundheilung und sie helfen auch gegen Blasen. Jetzt hast du vielleicht den Begriff noch nie gehört. Hydrocholloidpflaster, was sind das? Nun, da gibt es die bekanntesten eigentlich, die heißen Compete-Pflaster. Das ist halt der Hersteller, beziehungsweise der Markenname. Die habe ich immer hier zu Hause. Das sind solche Blasenpflaster. Das passiert halt einfach, wenn du dich ungewohnt belastest. Gerade bei Ausdauersportläufen, Märschen, Wandertouren. Oder du hast neues Schuhwerk oder neue Einlagen. Dann kriegt man halt mal Blasen. Und Blasen gehören zu den harmlosen Sportverletzungen. Aber sind halt sehr unangenehm. Und ich bin dazu gekommen, diese Pflaster, die sind gerade auf den Markt gekommen, als ich Zeitsoldat war. Zwei Jahre bei der Bundeswehr. Und seitdem schwöre ich drauf. Ich habe mir damals einen richtig großen Vorrat geholt, bis die Stiefel eingelaufen waren. Und bin da tatsächlich relativ blasenfrei durch diese Phase durchgekommen. Und andere Kameraden hatten sowas nicht. Und die haben da ein bisschen mehr gelitten. Also, diese Blasenpflaster, auf die schwöre ich seitdem. Und das Coole ist, dass du diese Hydro-Kolloid-Pflaster auch wunderbar nutzen kannst gegen Schürfwunden oder solche unangenehmen Wunden. Die heilen tatsächlich sehr gut, wenn sie feucht gehalten werden. Und dafür sorgen eben diese Pflaster. Also so eine nässende Wunde wirklich damit abzudecken. Und die auch draufzulassen, bis sie abfallen, habe ich super gute Erfahrungen mitgemacht. Es gibt auch solche Hydro-Kolloid-Pflaster für Wunden. Die sind nur leider fünfmal so teuer. Und deswegen verwende ich tatsächlich diese Compete-Blasenpflaster, wenn die von der Größe passen. Auch wenn ich mal irgendwo hinstürze oder so eine Schürfwunde habe. Funktioniert super. Das bringt mich zum fünften MacGyver-Super-Tool. Und zwar sind das Enzyme. Enzyme, die Entzündungen bekämpfen. Und zwar auf ganz natürliche Art und Weise. Es gibt solche entzündungshemmenden Enzyme, die beschleunigen die Regeneration. Eben wenn du irgendwo eine Überlastung hast. Entzündungen wie zum Beispiel Dinge, mit denen ich schon mal Bekanntschaft gemacht habe, sind das sogenannte Iliotibial-Band-Syndrom. Das ist in den Beinen vom Laufen. Schulter-Impingement, Shinsplints, Tennisarm, Bizeps-Sehnenreizung. Das sind so klassische Dinge, die halt in Kraft- oder Ausdauersport häufiger mal vorkommen. Und kann man halt solche Enzyme dann einnehmen. Das sind Nahrungsergänzungsmittel. Die kriegst du in der Apotheke oder auch in der Online-Apotheke. Da gibt es eine Reihe von Herstellern. Die sind häufig unterschiedlich zusammengesetzt, diese Enzyme. Da lohnt es sich wirklich hinten mal auf die Packung rauf zu gucken, was da drin ist und in welcher Konzentration. Und deswegen sind einige dieser Präparate auch effektiver und andere weniger effektiv. Gute Präparate enthalten hochdosiert diese natürlichen Enzyme. Die nennen sich Papain und Bromelain. Die kommen aus der Papaya und Ananas. Und im Idealfall sind auch noch weitere Antioxidantien und sekundäre Pflanzenstoffe zugesetzt, die eben auch entzündungshemmend wirken, wie zum Beispiel Resveratol, Routin- oder Traubenkern-Extrakt. Das bekannteste Produkt, das du so in der Apotheke kennst, nennt sich Wob-Enzym. Das kann man verwenden. Ich persönlich habe in meiner Hausapotheke ein anderes Produkt. Das nennt sich Bromelar Form. 1200 Enzyme von dem Hersteller Formmed. Das ist höher konzentriert, ungefähr zweieinhalb mal so hoch konzentriert wie das Wob-Enzym. Und dadurch auch deutlich günstiger einerseits. Und zweitens leichter einnehmbar, weil du halt nicht so irgendwie 20 Kapseln auf einmal einnehmen musst, wie bei Wob-Enzym. Sowas habe ich bei mir immer vorrätig gute Erfahrungen mitgemacht bei solchen Entzündungen. Und habe mich auch relativ intensiv mit den Studien dahinter beschäftigt in den letzten 15 Jahren. Damit möchte ich dich jetzt in dieser Folge nicht langweilen. Falls dich das interessiert, welche Studien es dazu gibt, zu solchen Enzymen, dann geh einfach in die Shownotes. Die habe ich dir in den Podcast Player. Guck einfach mal in die Notizen rein, verlinkt. Oder du gehst auf marathonfitness.de-podcast und gehst dann zur heutigen Folge 302. Und da findest du dann eben auch als Exkurs nochmal die Wissenschaft der Enzyme. Und das bringt mich zum sechsten Tipp, zum sechsten Tool. Und das ist was zum Lesen. Ein Buch, das nennt sich Therapielexikon der Sportmedizin vom Springer Verlag. Das ist so einer der Best Practices für gängige Sportverletzungen, den ich immer wieder im Falle des Falles bei mir aus dem Regal hole. In dem Buch findest du tatsächlich schön übersichtlich für die gängigsten Sportverletzungen konkrete Hilfestellungen. Und das ist eigentlich für Ärzte und Therapeuten gedacht. Das Buch ist aber so geschrieben, dass das eigentlich gut zu verstehen ist. Und du kannst da dann eben das raussuchen, zum Beispiel Schulter-Impingement und dann gucken, was kann man denn da machen. Und was wird generell angeraten. Und zwar von, was kann ich machen über zum Beispiel Enzyme nehmen oder Medikamente. Ibuprofen wird da eben auch hier und da genannt. Und so nehme ich es dann auch ein. Da orientiere ich mich an den Empfehlungen da. Da sind auch Dosierungen drin. Aber eben auch, was kann ich von der Therapie her machen. Was kann ich über Physiotherapie machen. Was gibt es noch für andere Dinge wie Massagen oder sowas. Das ist da alles wunderschön aufgelistet. Und dieses Buch hat mir in der Vergangenheit immer wieder dabei geholfen, meinen Klienten konkrete Hilfestellungen zu geben bei eben Überlastungen oder Sportverletzungen. Und ja, auch wenn ich selbst mal eben ein Verletzungsthema hatte, dann habe ich in dieses Buch reingeguckt. Ich gehe dann tatsächlich auch zum Arzt, aber habe eben schon eine konkrete Diagnose, mit der ich da hingehen kann. Und wenn du ein Rezept brauchst, zum Beispiel für eine Behandlung, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass häufig der Arzt nicht wirklich alles nennt oder aufschreibt, was man machen kann. Und du kannst ihm dann eben auch auf die richtige Art und Weise, darf man ein bisschen darauf achten, wie man ihm das sagt, mal fragen. Hey, macht es nicht Sinn, hier zum Beispiel nochmal eine Massage zu verschreiben oder sowas. Und da beziehe ich mich dann halt auf dieses Lexikon. Das ist auch nicht teuer. Gibt es als Kindle. Die gedruckte Version wird leider nicht mehr nachgedruckt, aber Kindle 7 Euro ist echt eine gute Investition. Ja, und dann bleibt nur noch ein Tool übrig. Nummer 7. Ich glaube, MacGyver wäre am stolzesten auf dieses Tool, die Büroklammer. Hey, du weißt nie, was kommt. Und ich mag Lösungen, die sich auch unter extremen Bedingungen bewährt haben, wie eben die Büroklammer. Ja, und wenn du MacGyver fragst, dann sagt er dir, dass du aus 60 Büroklammern und einem Stück Schokolade einen voll funktionstüchtigen OP-Saal zusammenbauen kannst. Und hey, OP-Saal kann man immer gebrauchen und MacGyver irrt ja auch nicht. Deswegen Tipp Nummer 7, die Büroklammer, immer eine da haben. Und das bringt mich zum Ende der heutigen Folge. Wenn ich die letzten zwei Jahrzehnte, mehr als zwei Jahrzehnte inzwischen, die ich Kraft- und Ausdauersport mache, Revue passieren lasse, dann sind diese Pechmethode, die gibt es auch schon ein bisschen länger. Und eben diese vorgestellten sieben Tools, die ich hier zu Hause habe, diejenigen, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde, wenn das denn so notwendig wäre. Okay, Verbandskasten hätte ich auch noch dabei. Das ist immer eine gute Idee. Aber diese vorgestellten Tricks und diese MacGyver-Super-Tools, die haben eine Sache gemeinsam. Und das möchte ich dir am Ende auch nochmal mitgeben, auch wenn ich es schon bestimmt 10.000 Mal gesagt habe in dieser Folge. Du bekämpfst damit Symptome. Das heißt, du kannst dafür sorgen, dass Entzündungen, Prellungen, Verstauchungen und ähnliche Dinge schnell wieder heilen oder schneller wieder heilen, als wenn du nichts machst. Aber das vielleicht Wichtigste ist, die Ursache, die darfst du selbst rausfinden. Da bist du in der Verantwortung. Und wenn du die Ursache rausgefunden hast, dann darfst du sie abstellen. In vielen Fällen ist das easy, wenn du dich irgendwo prellst oder stürzt, dann kennst du die Ursache und weißt, okay, jetzt muss ich nur sehen, dass ich die Symptome wegkriege. Aber wenn es eine Überlastung ist oder eine Fehlbelastung, dann lohnt es sich, hier mal auf Detektivarbeit zu gehen und rauszufinden, woran lag das? Was kann ich tun, damit das nicht nochmal passiert? Und es ist okay, wenn du dir dabei helfen lässt, zum Beispiel von einem guten Sportarzt, einem Physiotherapeuten, der auch Sportler ist, oder einem Osteopathen, der auch Sportler betreut. Und zur Not hilft auch der Gedanke, was würde MacGyver an meiner Stelle tun? So oder so, den Besuch beim Arzt, den empfehle ich dir im Zweifelsfall immer. Cool, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Falls du Feedback hast zu dieser Show oder Vorschläge für Interviewpartner, die ich in einer der nächsten Folgen interviewen sollte, schick mir eine Mail an podcast.marathonfitness.de Die Show Notes und weitere Infos findest du unter marathonfitness.de-podcast Und da findest du auch Links, wie du mich über Twitter, über Facebook oder über andere Wege erreichen kannst. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes oder über Stitcher oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Die beste Möglichkeit dran zu bleiben ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf deinem Phone oder auf deinen Computer liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf iTunes gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst oder du gehst auf www.marathonfitness.de-podcast und klickst auf Abonnieren. Wenn dieser Podcast dir gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf iTunes, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein, versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderem.